Herzlich willkommen zu unserem Video zum Thema E-Mail-Filterung. Ich zeige Ihnen, wie Sie effektiv nach E-Mails suchen können und welche Möglichkeiten Sie haben, mit E-Mails zu arbeiten. Bestandteil dieses Videos sind die Suchfunktion in OnOffice Enterprise und die rechtssichere Mail-Archivierung durch Benno Mail Archiv. Wir befinden uns in unserem Postfach und sehen, dass einige Mails gelesen, andere wiederum noch ungelesen sind. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die optimale Performance durch schlanke E-Mail-Ordner gesteigert wird. Dadurch, dass alle E-Mails in den Aktivitäten von Adressen und Immobilien vorhanden und zwischengespeichert sind, auch wenn Sie diese gelöscht haben, werden sie weiterhin nicht im Posteingang oder den Unterordnern benötigt. OnOffice Postfächer sind in diesem Fall nicht beeinträchtigt, da der Abruf über unsere Server unmittelbar stattfindet und ab dem OnOffice Enterprise Plus Paket nicht limitiert sind. Außerdem werden alle E-Mails ordnerübergreifend mit unserem Absicherungspaket archiviert. Hierzu erhalten Sie einen Zugang zu unserem Kooperationspartner Benno Mail Archiv. Holen Sie das Beste aus OnOffice Enterprise raus und profitieren Sie von den optimalen Performance-Lösungen der OnOffice Postfächer, zusammen mit der rechtssicheren Archivierung. Nun gibt es verschiedene Ansatzpunkte, um E-Mails zu suchen oder sogar direkt zu verschieben. Über die Quick Search auf der rechten Seite können Sie nach Absender, Betreff oder Inhalt einer Mail suchen, die sich im ausgewählten Ordner befinden. Der Absender muss hierbei nicht komplett ausgefüllt werden. So kann zum Beispiel direkt nach Willhaben gesucht werden und wie Sie sehen, es wird eine E-Mail im Posteingang gefunden. Durch die Eingabe im Betreff lassen Sie sich ebenfalls nach ungenauen Angaben suchen. Hierbei gebe ich nun den Begriff Anfrage ein und suche danach. In diesem Fall werden vier E-Mails gefunden. Benötigen Sie eine E-Mail, wissen aber nicht mehr, von wem diese kamen oder um was es genau ging, können Sie auch nach dem Inhalt suchen. Hierbei wird der Inhalt einer E-Mail ausgelesen. Das Ergebnis zeigt Ihnen somit alle E-Mails an, wo das gesuchte Wort oder die Wörter vorkommen. Auch für dieses Beispiel nehme ich den Suchbegriff Anfrage. Nun wurden zwei E-Mails gefunden, in deren Inhalt das Wort Anfrage vorkommt. Neben der Suche über die Quick Search gibt es noch die Detailsuche. Hierbei können Sie weitere Angaben zum Datum, Status der E-Mail, ob diese markiert oder gelesen ist, Carbon Copy sowie Blind Carbon Copy machen. Ebenfalls können Sie den Ordner angeben, in dem gesucht werden soll. Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass eine ordnerübergreifende Suche derzeit noch nicht möglich ist. Diese Möglichkeit haben Sie jedoch im vollen Umfang über unsere revisionssichere Mailarchivierung über BennoMailarchiv. Möchten wir somit nach dem Inhalt Anfrage suchen, die nach dem 1.2. angekommen ist, tragen wir dies ein und klicken auf Suchen. Das Ergebnis sind alle E-Mails mit dem Inhalt Anfrage, die nach dem 1.2. eingetroffen sind. Schauen wir uns nun die Anhänge an und wo Sie E-Mails wiederfinden können, sollten diese gelöscht worden sein. In der E-Mail Hauptübersicht werden E-Mails mit Anhängen mit einem Büroklammer-Symbol gekennzeichnet. Wenn Sie diese öffnen, befindet sich im unteren Bereich eine Sektion für Anhänge. Hier können Sie nun die einzelnen Anhänge herunterladen. Sollten einer E-Mail sehr viele Anhänge beigefügt worden sein, können Sie alternativ auf die Attachments-Zip-Datei klicken. Anschließend laden Sie sich alle Dateien auf einmal in einem kompakten Archiv herunter. Wenn Sie über Zuordnen einen Adressdatensatz oder Immobilie verknüpft haben, finden Sie die E-Mails außerdem auch in den Aktivitäten wieder. Aus der jeweiligen Verknüpfung können Sie die Datensätze öffnen. Klicken Sie hier zum Beispiel Rechtsklick auf den Datensatz, in einem neuen Tab öffnen und wechseln Sie zu dem Reiter Aktivitäten. In diesem Fenster finden Sie nun alle Aktivitäten, worunter auch die E-Mails gehören. Möchten wir zum Beispiel nach Heizung suchen, finden wir schnell den richtigen Eintrag, können diesen öffnen und über den Reiter E-Mail die Korrespondenz erneut einsehen. Bei Bedarf können Sie auch die Anhänge erneut herunterladen. Alternativ können Sie die E-Mail auch über das E-Mail-Symbol in den Aktivitäten öffnen. Es folgt ein neues Fenster mit der E-Mail und auch hier können Sie optional die Anhänge einsehen und herunterladen. Das gleiche lässt sich auch für Immobilien durchführen. Öffnen wir die verknüpfte Immobilie über Rechtsklick und in einen neuen Tab öffnen. Wechseln hier zu dem Reiter Maklerbuch, finden wir hier ebenfalls alle Aktivitäten zu dieser Immobilie. Auch hier suchen wir nach Heizung, finden schnell die richtige E-Mail, die sich wie bei den Adressen öffnen und einsehen lässt. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, die E-Mail über das E-Mail-Symbol wie im vorherigen Beispiel zu öffnen. Somit können wir zusammenfassen, solange ein Adressdatensatz oder eine Immobilie mit der E-Mail verknüpft ist, werden immer Aktivitäten erzeugt und als Kopie zwischengespeichert. Vorteil hierbei ist, Sie können Ihren Posteingang übersichtlich und aufgeräumt lassen. Möchten Sie nach Dateien suchen, die Sie durch Aktivitäteneinträge wie zum Beispiel E-Mails erhalten haben, können Sie dies über den Reiter Dateien für Adressen und Immobilien realisieren. Wechseln wir somit zu den Adressen. Bei den Adress- und auch Immobiliendatensätzen finden Sie in den oberen Bereich den Reiter Dateien. In diesem haben Sie die Möglichkeit, Dateien hochzuladen oder nach schon vorhandenen Dateien zu suchen. Unter dem ersten Reiter namens Hochgeladene finden Sie alle Dateien, die Sie bereits hochgeladen haben. Auf der rechten Seite können Sie neue Dateien hochladen oder nach Dateiname, den Typen der Datei, die Dateigröße und auch nach dem Zeitraum suchen. Über den Reiter Aus Aktivitäten werden alle Dateien aufgeführt, die sich in den jeweiligen Datensatz unter Aktivitäten bzw. Maklerbuch befinden. Haben Sie zum Beispiel letztes Jahr eine E-Mail erhalten, die einen Anhang hatte, wird dieser hier aufgeführt. Beachten Sie die Filteroption auf der rechten Seite. Wenn Sie nach Dateien suchen, kann auf der rechten Seite ebenfalls nach den Dateinamen, Dateitypen, der Dateigröße und den Zeitraum gesucht werden. Unter dem jeweiligen Zeitraum verstehen wir die jeweiligen Jahresangaben und bei dem Dateitypen unterscheiden wir zwischen Dokumenten, Bildern und Dateien. Für dieses Beispiel suchen wir somit nach einer PDF-Datei, stellen wir Dokument ein und es erscheinen nur die PDF-Dateien aus den Aktivitäten. Standardmäßig ist unter Dateigröße der Eintrag größer als 10 KB eingestellt. Das hat den Hintergrund, dass wenn Sie eine E-Mail erhalten, in der kleine Bilder in der Signatur vorhanden sind, wie zum Beispiel Links zu den Social-Media-Kanälen, diese nicht direkt angezeigt werden. Diese Dateigröße lässt sich natürlich auch verändern. Eine weitere praktische Möglichkeit, E-Mails wiederzufinden, ist das Sternsymbol. Bei dem Sternsymbol in der oberen rechten Ecke handelt es sich um einen Verlauf Ihrer zuletzt aufgerufenen Datensätze. Hierzu gehören Adressen, Immobilien, Aufgaben und E-Mails. Haben Sie kürzlich eine E-Mail gelesen und möchten schnell darauf zurückgreifen? Über den Stern und den Reiter E-Mail kein Problem. Neben dem Datum und der Uhrzeit, wann Sie zum letzten Mal die Datensätze geöffnet hatten, finden Sie auch den Absender, Empfänger und Betreff der E-Mail. Außerdem beinhaltet diese Listenansicht auch Informationen über den verknüpften Adress- und Immobiliendatensatz. Schauen wir uns nun die E-Mail-Filter an. Möchten Sie, dass E-Mails nach dem Eingang direkt verschoben oder gelöscht werden, so erstellen Sie sich einen E-Mail-Filter. Über die Quick Search wählen Sie Detailfilter aus oder Sie gehen über Weitere Aktionen E-Mail-Filtern. Diese Übersicht ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Links befinden sich die E-Mail-Filter zum Verschieben oder zum Löschen von E-Mails. Rechts sind Portalfilter hinterlegt. Diese steuern das Verhalten und die Zuordnung von Portalanfragen. Für dieses Video benötigen wir den linken Bereich und wählen Neu aus. Unter Filtername sollte nun ein treffender Name anhand der Funktion des Filters vergeben werden. Ich möchte mit diesem Filter erreichen, dass alle meine Anfragen von Portalen in einem separaten Ordner namens Anfragen verschoben werden. Somit nenne ich meinen Filter Anfragen verschieben. Dieser Filter gilt für alle ungelesenen E-Mails, die sich in dem Posteingang befinden. Über Für E-Mails in können Sie dies auch ändern. Die Kriterien steuern diesen Filter. Hierbei ist es wichtig, genaue Angaben zu machen, damit nicht all Ihre E-Mails verschoben werden. Sie können wählen, ob alle Kriterien erfüllt werden müssen, damit E-Mails in den Ordner Anfragen verschoben werden, oder aber nur eins. Ich wähle für dieses Beispiel die erste Variante. Alle Kriterien müssen erfüllt sein. Nun klicken wir auf den Button Hinzufügen. Es erscheint ein neues Eingabefeld. Über das Pulldown-Menü sagen Sie dem Filter, wo sich das gewünschte Wort befindet. Hier im Betreff. Als nächstes können Sie angeben, ob das Wort Bestandteil des Betreffs ist, damit anfängt, oder dies der gesamte Betreff ist. Natürlich können Sie dieses Wort auch ausschließen. Bei diesem Kriterium handelt es sich um Anfragen. Da ich nun aber auch E-Mails habe, in denen das Wort Anfragen im Betreff vorkommt, die keine Portal-Anfragen sind, muss ich meine Angaben spezifizieren. Somit suche ich nach Anfragen zu und füge ein weiteres Kriterium hinzu. Als nächstes sage ich dem Filter, dass alle Anfragen, die von dem Absender Immobilienscout24 kommen, beachtet werden müssen. Hierbei ist es wichtig, dass der Absender nicht das Wort Anfrage-Ad beinhaltet, sondern gleich ist. Somit lässt sich nun zusammenfassen, dass sobald eine E-Mail in meinem Posteingang eingeht, die im Betreff Anfrage zu enthält und von Anfrage-Ad-Immobilienscout24.de kommt, direkt in den Ordner Anfragen verschoben werden soll. Natürlich können Sie auch anders mit der E-Mail vorgehen, indem Sie diese beispielsweise nicht verschieben, sondern lediglich markieren oder als gelesen kennzeichnen. Gegebenenfalls sogar im Falle von Spam-Mails direkt löschen. Mit einem Klick auf Speichern speichern wir diesen E-Mail-Filter einmal ab. Neben den eingebundenen Postfächern gibt es noch die rechtssichere Mail-Archivierung von unserem Kooperationspartner Benno Mail Archiv. Seit 2018 ist die rechtssichere Archivierung von wichtiger elektronischer Post durch die Finanzverwaltung vorgeschrieben. Das bedeutet, dass Ihre E-Mails unmittelbar und nicht veränder- oder manipulierbar abgespeichert werden müssen. Dies ist in den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff oder kurz GOBD geregelt. Die Dauer der Archivierungspflicht variiert hierbei. Geschäftsrelevante Vorgänge müssen beispielsweise 6 Jahre aufbewahrt werden, Buchhaltungsdokumente wie Rechnungen 10 Jahre. Für diese Zwecke bieten wir das On-Office-Absicherungspaket an. Dies beinhaltet Vertragsvorlagen und eine revisionssichere Mail-Archivierung durch unseren Kooperationspartner Benno Mail Archiv. Wenn Sie das On-Office-Rechtspaket gebucht haben, besitzen Sie einen Zugang zum Benno Mail Archiv. Hierzu schauen wir uns nun die grundlegenden Suchmöglichkeiten an. Das Archiv öffnen Sie, vorausgesetzt Sie haben das nötige Benutzerrecht, über das jeweilige Postfach und weitere Aktionen Zugang zum E-Mail Archiv. Es begrüßt uns ein neues Fenster, das in drei Bereiche aufgeteilt ist. Auf der linken Seite befinden sich die Suchfunktionen, im mittleren Bereich die E-Mail-Übersicht oder auch die Suchergebnisse und im rechten Bereich die E-Mail-Vorschau. Mit der einfachen Suche können Sie beispielsweise nach Anfrage zusuchen und erhalten im mittleren Bereich die gefundenen E-Mails, die diesen Suchbegriff beinhalten. Über die erweiterte Suche können Sie Ihre Suche auch genauer spezifizieren. Suchen wir beispielsweise nach dem Betreff, Treffen sowie in den Zeitraum 1.2. bis zum 5.2. und klicken auf Suchen, erhalten wir das gewünschte Ergebnis im mittleren Bereich. Die optimale Performance erreichen Sie durch die Indizierung Ihrer E-Mails und Anhänger. Jede E-Mail ist sofort abrufbar, da das Archiv diese bereits kennt. In dem Benno Mail Archiv gibt es auch keine Einschränkungen, was das ordnerübergreifende Suchen angeht. Suchen wir nun in unserem Benno Mail Archiv die E-Mail aus dem vorherigen Beispiel raus, sehen wir direkt unsere E-Mail mit einem Büroklammersymbol. E-Mail-Anlagen werden bei dem Benno Mail Archiv ebenfalls Volltext indiziert. Das bedeutet, dass die Texte aus Anhängen heraus extrahiert und anschließend im Volltext indiziert werden. Benno Mail Archiv unterstützt die Volltextindizierung für sehr viele Dateitypen. Hierzu gehören beispielsweise PDF-Dateien, HTML-Dateien, XML oder sogar ZIP-Dateien, die Texte beinhalten. Ein ausführliches Tutorial zum Thema rechtssichere E-Mail Archivierung folgt in Kürze. Und das war es auch schon mit unserem kleinen Video zum Thema E-Mail-Filterung und Suche. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen gerne in die Kommentare reinschreiben und über Feedback würde ich mich ebenfalls per Kommentar sehr freuen. Für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie unseren Kanal.